Wer von euch hat schon mal Sexspielzeug bestellt? Ja, komm mal, ein bisschen ehrlich hier. Schön. Fünf Leute. Das ist so ähnlich wie gestern mit Tinder. Was ist hier los, Leute? Aber das Geile, nee, nicht das Geile, das Gute, das Gute bei Sexspielzeug ist doch, oder das Problem, was ist denn das Problem bei Sexspielzeug? Willkommen, Felix Tönissen. Rika, vielen Dank, vielen Dank. Geil, dass ihr da seid. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Danke, danke, danke. Danke. Ihr dürft noch nicht so viel klatschen, nachher wird es ganz schlecht und dann habt ihr alle schon geklatscht. Sehr cool, ich freue mich erstmal bei diesen geilen Stages. Jeder, der den Weg hierhin gefunden hat, vielleicht ist auch der eine oder andere da, der gesagt hat, der andere Raum war voll, dann gehe ich jetzt mal hier rein. Aber sehr, sehr cool, ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht und würde euch ganz gerne so zwei, drei Sachen einfach mal erzählen. Das Erste, das habe ich schon mal bei Gedanken tanken erzählt, aber es ist eins meiner Lieblingsbeispiele, was ich vor einiger Zeit gefunden habe, ist das hier. Ein Schulfreunde und Schulfreundinnenbuch. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja? Wer hatte so ein Ding? Okay, alle. Ganz wichtig an der Stelle vielleicht, das hier ist nicht meins. Das ist rosa. Eben sprach mich jemand auf dem Gang an und meinte, ach wie süß, sammelst du deine Freunde hier? Ich so, mh klar. Und was ich so geil daran fand, war, es gab einen Punkt, der hieß, mein Traumberuf. Denkt mal nochmal da dran, was habt ihr eingetragen bei meinem Traumberuf? Eigentlich hast du doch alles da reingeschrieben. Ich habe Astronaut da reingeschrieben. Haben wir Mädels da, die Prinzessin da reingeschrieben haben oder Königin oder irgendwas, ohne dass du jemals, oder vielleicht bist du ja adelig, aber die meisten waren doch nicht adelig. Und trotzdem haben wir doch alles da reingeschrieben, was irgendwie möglich wäre. Wir haben jede Möglichkeit da eingetragen und haben wir jemals darüber nachgedacht, dass irgendwas davon nicht geht? Nö. Wir haben einen Stift genommen, haben das da reingeschrieben und damit war doch eigentlich klar, dass man das irgendwann wird. Und heute würdest du dir das Buch angucken, wo du sagst, Felix, ey, du wolltest Astronaut werden, was ist denn mit dir los? Wie soll das denn funktionieren? Aber damals haben wir gedacht, alles ist möglich und alles geht. Und heute machen wir viel zu häufig den Fehler. Ich habe gestern, das war so lustig, wir haben unten in dem Raum gestanden und einer hat mir eine Frage gestellt und auf einmal standen wir da mit so einer Traube von 30 Mann und haben wie so ein Live-Coaching gemacht. Und da kam so die Frage, Felix, was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen? Und ich sage immer zwei Worte, mehr Risiko. Weil so bescheuert sich das anhört, wir haben ein einziges Leben, wir haben ein einziges Leben, danach sind wir tot. Ja, also selbst wenn ihr an Wiedergeburt glaubt, okay, alles cool, aber das Ganze nochmal zu machen, ist schwierig. Und ich stelle mir mal vor, wie gruselig das ist, mit 70 irgendwo zu sitzen und dann zu sagen, oh ja, gut, wäre ich mal selbstständig gewesen, egal, jetzt komme ich in so eine Kiste rein und fertig. Also bitte, denkt doch nochmal darüber nach, was ihr hier gemacht habt und welche Dinge ihr damit verbunden habt. Ich habe auch ein paar kleine Slides. Geil, das Bild ist ja auch irgendwie, so ein bisschen krumm das Gesicht. Egal. Wer von euch hat schon mal Sexspielzeug bestellt? Ja, guck mal, ein bisschen ehrlich hier. Schön. Fünf Leute. Das ist so ähnlich wie gestern mit Tinder. Was ist hier los, Leute? Aber das Geile, ach nee, nicht das Geile, das Gute, das Gute bei Sexspielzeug ist doch, oder das Problem, was ist denn das Problem bei Sexspielzeug? Sexspielzeug zu bestellen. Bei mir im Haus wohnte Frau Büscher. Die Frau Büscher ist ungefähr 80 Jahre alt. Wenn ich Sexspielzeug bestellen würde, was ich genauso wie ihr natürlich niemals mache, dann kommt da ein Paket an. Da steht drauf, ICE.DE, Sexspielzeug für Head Tönnies. Ich bin aber nicht zu Hause. Das heißt, die Frau Büscher nimmt das Paket an. Die nimmt das Paket, kommt mit dem Paket dann irgendwann nach oben, klopft, macht die immer, klopft, ich habe eine Klingel, die klopft. Head Tönniesen, hier, ihr Schweinskram ist angekommen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wirklich mal ganz ehrlich, der Moment wäre doch für mich ein bisschen doof, weil ich wüsste, dass die 80-jährige Nachbarin weiß, dass ich Sexspielzeug bestelle. Das ist blöd. Und ICE.DE hat gesagt, das verstehen wir. Dafür haben wir aber eine Lösung. Wir gehen nämlich hin und du kannst die Absenderadresse auswählen. Herr Tönniesen, da ist Ihr Druckerzubehör angekommen. Da passt ja sogar vielleicht ein bisschen. Das ist schlau. Das ist, ja, Entschuldigung. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe heute Morgen schon oft einen draufgekriegt, weil ich gestern das Wort Durchfall benutzt habe. Da kamen ganz viele Leute, ja, so war das super, die Moderation, aber dass sie dann Durchfall gesagt haben, war schon ekelhaft. Naja, sorry. Also, Sexspielzeug. Ich kann also das auswählen. Witzige Geschichte an die Seite. Macht euch doch mal Gedanken darüber. Was sind die Gründe, warum jemand euer Produkt nicht kauft? Was sind die Gründe, warum jemand das Produkt nicht kauft? Ich mache immer Folgendes. Ich mache mir eine Liste. Schreib mir auf, was sind die Gründe, warum jemand mein Produkt nicht kauft und überleg mir dann, wie ich genau diese Gründe widerlegen kann. Was sind Widerlegungsmerkmale? Ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, Vorträge zu halten. Supercooler Typ, blondierte Haare, ich hatte Augenbrauenpiercing, ja, und ich war echt oft auf der Sonnenbank. Ganz schlimm. Ich war echt sauer oft auf der Sonnenbank. Ergolein 800. 20 Minuten, dreimal die Woche. Oh. Ja, super. Irgendwann kommt es jetzt bald raus. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe mir immer Gedanken dazu gemacht, wenn mich jemand als Speaker nicht bucht, habe ich gefragt, warum buchst du mich nicht? Wenn mich jemand als Coach nicht bucht, dann frage ich, woran hat es gelegen? Es ist manchmal natürlich schwierig, eine ehrliche Antwort zu kriegen, aber wenn du diese Argumente verstanden hast und wenn du die an dich ranlässt, wenn du also nicht hingehst und sagst, mir doch egal, ob der mich bucht, mir egal, gibt noch genug andere Kunden. Nein, die wichtigsten Kunden, die du hast, sind die, die dein Produkt nicht kaufen, weil sie dir sagen können, warum sie das nicht kaufen und dadurch kannst du dein Produkt besser machen. Es ist ganz, ganz einfach und das ist der Grund, warum ich finde, dass man sich mit dem Thema Nicht-Kunden so intensiv auseinandersetzen sollte und das ist ganz einfach und Eis.de hat das super gemacht, Männern ist es peinlich, Frauen ist es peinlich, Sexspielzeug zu bestellen, also ändern wir das doch einfach. Die Absenderadresse hat sofort dazu geführt, dass sie viel mehr Umsatz gemacht haben. Es ist eine kleine Mini-Variable, die darüber entscheidet, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Eins meiner Lieblingstätigkeiten als egozentrischer Narzisst ist, sich selber zu googeln. Mache ich so jeden Tag, zwei, dreimal googeln, immer mal gucken, ob da was Neues rauskommt. Ich habe mal die Ergebnisse mitgebracht vom letztmaligen Felix-Googeln. Also, Felix Tönneson, Frau oder Freundin? Und es ist ein ganz simples Ding, aber warum ist das so interessant? Weil dadurch findest du doch raus, was die Suchintentionen der Leute sind. Und ganz wichtig, ganz wichtig, weiterdenken. Das kann ja unterschiedlichstes bedeuten. Hat der Typ eine Frau oder eine Freundin? Kommt der nicht aus Köln? Der ist bestimmt schwul. Der hat eh keine Frau oder eine Freundin. Das können ganz unterschiedliche Intentionen sein, aber wenn du das mit dir, deinem Produkt und deinem Business machst, dann kannst du dadurch Sachen rausfinden. Das habe ich dann weitergemacht. GmbH, Kosten, Unternehmen, Instagram, meine Heimatstadt Viersen. Was ich persönlich sehr geil fand, ist das. Felix Tönneson, Glasauge. What the fuck? Wer hat das von euch gegoogelt? Ja? Wer hat bitte Felix Tönneson, Glasauge gegoogelt? Ich hatte bei Gedanken tanken einen Vortrag. Da habe ich ein bisschen was darüber erzählt und habe so erzählt, ja, ich hatte als Kind, habe ich geschielt und fand das ganz fürchterlich. Ich bin dreimal in den Augen operiert. Sehr gut. Schule aus. Aber ich möchte noch mal dringend sagen, nicht, dass ihr es vergesst, heute 17 Uhr Mainstage, absolutes Highlight. Wir haben den einen der bekanntesten Magier der Welt dabei, DMC und dann zum Abfluss unseren amerikanischen Überraschungsgast. Freut euch drauf. Yeah! Super. So, die zwei Minuten hänge ich hinten dran, Steffen, tut mir leid. Also, Glasauge. Ich habe darüber erzählt, dass ich schiele und dann haben die Leute sich gedacht, der schielt, da hat der was mit den Augen, da hat er so ein Glasauge. So, aber dann verstehst du erstmal die Intention der Leute. Dann habe ich geguckt, da hatten das 250 Leute gegoogelt. Ich habe gesagt, what? Bitte, tut mir eingefallen, sucht es jetzt nicht, weil wenn ihr das jetzt auch googelt, dann geht das da nicht mehr weg. Dann bleibt das die ganze Zeit da drin. Ja? Aber was ich so interessant daran finde, eine ganz simple, einfache Kiste zu verstehen, welche Verbindungen mit eurem Unternehmen, mit eurem Produkt, mit eurer Person geschaffen werden. Und das kann ich über die Google-Auto-Vervollständigung machen. Das ist eine ganz simple, einfache Kiste und dann sagt, wofür brauche ich das denn? Wir bauen jetzt eine Landingpage auf, die sich nur mit dem Thema Felix Tönnesen und seinem Glasauge auseinandersetzt. Ich überlege gerade mit einer Autorin ein Buch darüber zu schreiben. Felix Tönnesen hat ein Glasauge und das vielleicht zu verkaufen ist jetzt vielleicht Quatsch, aber überlegt einfach mal, welche Möglichkeiten wir da haben. Ein anderes, schönes und ganz, ganz einfaches Beispiel ist, wenn du mal in die Staaten fährst und dir in den Staaten mal Google-Bewertungen anschaust, dann haben da alle Unternehmen teilweise über tausend Google-Bewertungen. Das ist auch wieder eine ganz simple, einfache Kiste. Wenn ich hier einen Namen, ein Produkt, ein Unternehmen, eine Personal Brand Google in Deutschland und sehe dann 3,7 Sterne, vier Bewertungen, das ist, macht das einen guten Eindruck? Nee. Wir denken alle immer darüber nach, wie müsste unsere Webseite aussehen. Auf eure Webseite kommen nur Leute, die mit euch schon mal irgendwie Kontakt hatten. Der erste Eindruck geschieht häufig bei Google und zum ersten Eindruck bei Google gehören ganz simple, einfache Bewertungen. Das ist eine ganz simple Kiste. Trotzdem denke ich immer, ich erzähle das immer allen Leuten, allen meinen Gründern, ja, haben wir gerade keine Zeit für so etwas wie Google-Bewertungen. What? Das ist doch super easy. Das ist doch wirklich einfach zu machen. Ein wichtiger Punkt, den ich als Mindset-Punkt ganz wichtig finde. Wir machen alle einen Fehler, wir machen einen Riesenfehler und ich habe dafür zwei Ausdrücke. Ich sage immer, es gibt Gebiuse und es gibt Nemiusse. Das sind meine Ausdrücke dafür. Das heißt, es gibt Menschen, die relativ viel geben, geben, ob Content, ob Hilfe, ob Soziales und es gibt so Leute, die eher so ein bisschen wie so ein Magnet sind, die so mehr nehmen. Du musst dir immer und gerade im Business Gedanken dazu machen, wie du es schaffst, durch dein Geben nachher 10.000 Mal mehr zurückzubekommen. Und das ist auch nicht ganz so einfach. Aber ich habe das immer ganz häufig, ich mache das mal wirklich ein bisschen direkt. Heute, gestern kommen super viele Leute, ey Felix, hast du mal eben eine Minute Zeit? Ich so, klar, worum geht es? Pass auf, ich würde dir ganz gerne mal meine Geschäftsidee erzählen. Finde ich alles in Ordnung. Und dann erzählen die Leute mir 10 Minuten lang was von ihrer Geschäftsidee. Dann sage ich zwischendurch fünfmal, ich muss auf Toilette. Ja, warte, noch ganz kurz, nur ganz kurz und noch eben das und noch das und noch das. Alles cool, alles gut. Aber du solltest dir immer in jeder Situation Gedanken machen, wenn du etwas von jemandem möchtest, dann mach dir doch Gedanken dazu, was hat der andere davon? Meine Kernfrage ist immer die gleiche. Mein Marketing wird gesteuert von einer einzigen Frage. Was hat jemand anderes davon? Wenn ich zum Beispiel Instagram mache, dann habe ich Leute, die sagen, Felix, warum machst du da nicht so einen krassen Funnel und hier, bau doch das noch auf und das noch. Du machst ja alles umsonst, du haust deinen ganzen Content raus. Ja, weil ich weiß, dass es langfristig, ist meine Theorie, die bessere Strategie ist, ist meine Meinung. Aber du musst genau diese Punkte für dich finden, wo du das Gefühl hast, du willst, dass jemand deinen Businessplan liest, dann mach dir Gedanken, warum er den lesen sollte. Du willst, dass sich jemand deine Ad anguckt oder in dein Programm kommt, dann mach dir Gedanken, warum der das machen sollte und mach dir erstmal Gedanken, demjenigen was zu geben. Wenn ich eine hübsche Frau kennenlernen möchte, da gehe ich ja auch nicht direkt dahin und sage, na Moisken, wie sieht es aus, kommst du mit ins Hotel? Nee, dann gehe ich ja auch erstmal dahin und fange an zu reden oder mache irgendwas Nettes oder mache ein Kompliment. Deine schöne Sterne in den Augen oder also macht euch bitte Gedanken. Ja, gibt doch bessere Sachen. Also macht euch bitte Gedanken dazu. Was könnt ihr in einem ersten Schritt eurem Kunden geben, ob das dann Thema Freebie, E-Books, Videos oder sonst irgendwas ist, ob das eine Liste, Content oder keine Ahnung was ist. Aber das ist das, was letztendlich sozusagen entscheidet. Und das sind die Sachen, die nachher auch den Unterschied machen. Du kannst nicht in die Welt rausrufen, kommt jetzt und kauft meine Produkte. Das wird immer etwas schwierig und deswegen würde ich es da halt so ein bisschen machen. Wer kennt das Produkt noch? Die ganzen 16-Jährigen zahlen jetzt nicht mehr auf. Das ist ein geiles Teil gewesen. Das ist der Durstlöscher. Gibt es noch, ja, gibt es noch. Pass auf, ich werde dir gleich aber mal die Veränderung des Durstlöschers erklären. Der Durstlöscher hat nämlich ein krasses, krasses Feature. Der Durstlöscher hat ein Prozent Fruchtgehalt. Ein Prozent. Wenn du einen Durstlöscher hier am Wochenende bei der Entrepreneur University trinkst, hast du die Vitamine für 2,19 drin. Ein, ein Prozent. Boah, krass, ich habe einen ganzen Durstlöscher. Ich werde nicht mehr. Nimm ruhig deinen Ingwer-Shot. Ich trinke Durstlöscher. Ein Prozent. Aber wenn ihr mal darüber nachdenkt, wie sich das verändert hat, wer würde denn heute mit einem Produkt werben, was ein Prozent Fruchtgehalt hat? Wahrscheinlich keiner. Das Geile ist, wer sich mal den neuen Durstlöscher anguckt, der ist improved, der hat sich weiterentwickelt. Durstlöscher 2.0, Durstlöscher hat jetzt acht Prozent Fruchtgehalt. So, heute würdest du hingehen und sagst, ähm, was machst denn sie denn? Wir machen Smoothies. Innocent Smoothies mit Chia-Samen. Ich liebe Chia-Samen. Geil ist auch, was ist denn Weizengras? Also, vielleicht bin ich auch einfach blöd, aber ich kenne Weizen und ich kenne Gras. Was ist Weizengras? Keine Ahnung. Aber das ist halt geil. Oder manche Getränke sind auch mit Bergamotte. Wer weiß, was Bergamotte ist? Ja, zehn mehr auch nicht. Das ist aber geil, weil es ist egal. Aber es klingt doch geil, boah, es ist mit Bergamotte, da ist irgendwie Berg drin. Das hat was mit Berg zu tun. Berg ist krass gesund. Das ist bestimmt aus der Schweiz. Super cool trinken. Also, ich weiß, das klingt jetzt hart und traurig, aber die Verpackung des Produktes ist meistens, und damit meine ich nicht nur die wirklich sichtbare Verpackung, meistens wichtiger als der eigentliche Inhalt. Das ist zwar eigentlich ein bisschen schade, wenn wir über Social Entrepreneurship und andere Sachen nachdenken, aber die Verpackung des Produktes ist immer das Allerwichtigste. Und deswegen musst du halt überlegen, wie kannst du dein Produkt so verpacken, dass es emotional aufgeladen ist, dass die Leute da Bock drauf haben, das zu nutzen, dass sie wirklich Lust haben. Wer hat ein iPhone? Sehr gut. Sehr gut. Kannst du aufstehen? Ich habe nicht gesehen. Geil. Du hast beide dabei auch? Ja? Sehr gut. Okay, du hast gewonnen. Danke. Sehr, sehr geil. Also, ich habe zwei. Du bist ja jetzt am Telefonieren. Ja, cool, danke. Du kriegst die 5 Euro gleich. So, also, sehr, sehr cool. Aber könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr ein neues iPhone kauft und diese Verpackung aufmacht, dann liegt das iPhone immer oben so drauf. Ich weiß nicht, ob das auch bei dem ist mit dem Samsung-Handy, keine Ahnung. Also, dann liegt das so oben drauf, du willst es gar nicht da rausholen. Es ist so richtig hoch, wie auf so einem Podest. Und dann hebst du das so raus und dann ist da so die Folie und dann machst du das. Boah, ich würde am liebsten damit schmusen oder sonst irgendwas machen. Aber es ist doch geil, dieser Stülpdeckelkarton, wenn du den so aufmachst, das Geräusch dieses Kartons. Aber das ist Unboxing. Das ist Unboxing von Produkten. Und das ist das, was ihr machen müsst. Und wenn du jetzt sagst, ich mache aber eine Dienstleistung, dann funktioniert das nicht. Nein. Auch bei einer Dienstleistung kann das funktionieren. Das kann auch bei digitalen Produkten funktionieren. Es geht viel mehr. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe für jeden von euch ein Geschenk und würde hier einen riesigen Karton hinstellen, mega geil eingepackt, da würdet ihr doch denken, boah, mehr über die Verpackung bitte nachdenken, weil das ist auch das, was nachher die Grundlage für euer Marketing ist. Eins meiner absoluten Lieblingsunternehmen ist das hier. Bei mir aus dem Rheinland. Schön mit Chiasamen. Schneller kommst du nicht zum Samengenuss. Ich weiß, meine Präsentation ist leicht pornös angehaucht. Das ist doch eigentlich cool und das ist auch interessant, aber wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben, haben wir jemanden aus Bayern hier. Geil, ich liebe Bayern, aber so eine Werbung, die machst du nicht in Bayern. Die wird da verboten. Die wird da verboten. Diese Werbung ist in Bayern verboten, zensiert. Troufruits wurde verpflichtet, dieses Werbeplakat zu zensieren. Es soll anstößige, anstößige und geschmacklose Äußerungen enthalten. Hashtag Sorry München. Was kann dir als Startup, als Unternehmen Geileres passieren, als dass du eine provokante Werbung machst und die wird verboten? Wie geil ist das bitte? Da würde ich sagen, danke Stadt München, dass ihr diese Werbung verboten habt. Das heißt, versucht doch mal darüber nachzudenken, mal andere Wege zu gehen. Ja, ich mag auch Facebook Ads. Ja, wir nutzen auch Suchmaschinenoptimierung. Aber was kannst du denn mal für Sachen machen, die anders sind, die polarisieren, die auffälliger sind? Ich habe Postkarten gemacht an Anwälte, an 5000 Anwälte habe ich Postkarten verschickt. Da stand vorne auf der Postkarte drauf, Anwälte sind langweilig. Und hinten auf der Postkarte stand drauf, sind sie auch so ein langweiliger Anwalt oder haben sie Bock, ein geiler, cooler, auffallender, marketingtechnischer, super Anwalt zu werden? Dann lassen sie uns mal telefonieren. Natürlich rufen dann welche an und sagen, sie bringen unseren Berufsstand in Verruf, ich verklage sie jetzt. Geil. Ich habe gedacht, bitte, bitte verklag mich. Bitte. Das war, ich habe schon meinen Post gesehen, den ich machen will. Das heißt, habt vor solchen Sachen bitte auch keine Angst, weil das sind die Sachen, die nachher entscheiden, ob ihr wirklich gute und erfolgreiche Unternehmer seid. So, ganz zum Ende habe ich noch ein kleines Geschenk und zwar folgendes, wir haben unten so einen coolen Stand, wie wir alle Speaker unten einen hoffentlich coolen Stand haben und wir haben von so einem Startup so eine geile Fotobox mitgebracht, da könnt ihr so lustige GIFs und Boomerangs machen und so was man so macht, Emojis und Texte und sonst irgendwas da drauf schauen. Jeder, der ein Foto macht, eigentlich ist es ein Doppelgeschenk, jeder, der so ein geiles Foto macht, kriegt eine E-Mail zugeschickt und kriegt dieses Buch, weil wir machen eine Erstauflage mit 100 Stück und wie ihr seht, das ist schon eine gute Wälzer, das ist eine gute Wälzer. Jeder, der ein Foto macht, kriegt eine E-Mail und in der E-Mail ist ein Link und dann kriegst du dieses Buch geschenkt. Ich finde es mega geil, dass ihr euch alle auf den Weg gemacht habt, diese fucking geile Veranstaltung, ich bin sowas von berauscht, ich weiß gar nicht, wie ich morgen klarkommen soll, diese sehr, sehr geile Veranstaltung hier zu besuchen. Mein Ratschlag ist wirklich, macht euch Gedanken dazu, was ihr wirklich konkret machen wollt, überlegt ganz konkret, was kann ich mal machen, was andere vielleicht nicht tun und nicht machen, weil davon gibt es tausende Möglichkeiten und ich glaube, in jedem von uns steckt ein granatenstarker, geiler Gründer und wenn euch der ein oder andere Tipp dabei geholfen hat, habt ihr mich sehr, sehr glücklich gemacht. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, vielen Dank, Dankeschön, danke, mega geil, danke, danke, danke und holt euch das Buch. Sehr cool, danke euch, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.